Willkommen bei Blogreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährung. Mit herzlich willkommen zu einer neuen Bitcoin-Chart-Analyse. Joa, Bitcoin hatte hier einen richtig schönen Stunt hingelegt, ähnlich wie er es historisch hier schon zweimal gemacht hat. Hier einmal einen kleinen Drop, hier einmal einen kleinen Drop und aktuell eben auf dieser Ebene. Heute im Video werden wir auf jeden Fall mal besprechen, warum diese zwei Linien, eben Support und Widerstand, so wichtig sind. Wir haben ja die letzten Tage schon mal darauf hingewiesen, beziehungsweise über die letzten Wochen haben wir uns diese wichtigen, wichtigen Zonen hier erarbeitet. Wir werden uns nochmal anschauen, warum wir hier diesen Aufwärtskanal nochmal haben und warum jetzt hier der Kurs so struggelt bei diesem Widerstand. Und damit alle Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön dich auch heute hier begrüßen zu dürfen und ja, es ist ein Video on Demand und kein Livestream wie von der Community gewünscht. Community, gerne hier unten in die Videobeschreibung gucken, dort findest du den Link zu meiner Community, alles vollkommen kostenlos, tausche dich da gerne aus und poste da deine Chartideen oder frage nach. Ansonsten gerne ein kostenloses Abo dalassen, ist nie verkehrt, dann verpasst du das hier auch nicht. So, wir fangen also direkt mit der Analyse an. Also erstens, Kurs ganz einfach gesagt, bitte über 41.473 bleiben. Das ist das, wo ich das Ganze jetzt hier mir markiert habe. Aber wir können uns jetzt noch an irgendwelchen anderen Kursen festmachen oder du hast auch andere Zahlen, weil ich bin hier auf der Börse Binance gegen Tether US. Das heißt, die Zahlen müssen nicht mit dir übereinstimmen. So viel dazu. Ähm, wir sind im, ja, wir fangen heute mal mit Weekly an. So, und das sieht schon mal ein bisschen schöner aus, oder? Ja, knallriesengroße, schöne Balken. Warum mache ich das? Einfach, if you're in doubt, zoom out. Du siehst jetzt hier vielleicht auch mal ganz grob, warum, also wenn du neu eingeschaltet hast, warum diese zwei Zonen so schön wichtig sind. Beziehungsweise die obere war zuerst da, die untere haben wir dann historisch ermittelt und nachgezogen. So, das heißt, unsere Range geht hier immer noch von 39.530 bis 41.473. Kommt heute raus wie aus dem Maschinengewehr. Ja, so, Bitcoin ist runtergefallen oder ausgebrochen aus der Formation oder aus unserem Aufwärtstrend und zwar hier mit der Candle. Kein Problem, haben wir ja gesagt, beziehungsweise was hier stimmen muss, ist der Support und am besten bitteschön über 40.000, wenn es geht. Minimum Support. 40.000, nö. Hat nicht funktioniert, der Schluss bei 40.000, knapp drunter ist 39.644, aber wir haben ja auch gesagt, so, naja, ein bisschen Spielraum ist halt doch noch zwischen 40.000 und 38.000, was wir so sehen. Und hier ist das Ganze gedroppt bis 38.426, also 38.400, also alles noch im OK-Bereich. Also alles das, was wir jetzt hier unten haben, hier hatten wir ja gesagt, ist noch so okay, wobei das wäre schon unter 37.000, unter 38.000 wäre nicht so cool. Also, wird ungefähr deutlich, warum wir das hier haben. Wir könnten jetzt unseren Support nochmal hier aktualisieren und könnte, könnte, machen wir einfach mal, so, mit Magneten. Dann brauchen wir auch nicht schätzen, wo es richtig ist, sondern ist gleich richtig. So, sind wir jetzt bei 39.678, weil die Linie vorher haben wir ja historisch gezogen, jetzt machen wir das eben an den zwei aktuellsten Kerzen, wir wollen es ja genau haben. Wir könnten uns jetzt hier noch an den Schluss orientieren, machen wir aber nicht. So, erstmal das hier. Wobei, ach komm, was soll der Geiz, wir lassen es unten. Wir hatten ja unsere Berechtigung, wir haben es ja nicht im Wochenchart gezogen, aber so könnte man es definitiv machen, möchte ich jetzt aber nicht. Also, Wochenschluss bitte, oder Daily Close muss eigentlich gar nicht erstmal darüber liegen, das ist so der erste Versuch. Wir werden aber kein höheres hochbauen. Wie gesagt, wir sind hier im Weekly Chart, ein bisschen nach oben ist es noch, sehen wir aber aktuell, heute. Heute, jetzt geht es ja wieder los nach den Feiertagen und alle rennen los und wollen irgendwie Geld verdienen oder eben Geld umtauschen, Energiehaltungssatz auch in der Wirtschaft. So, gehen wir eins weiter runter, dann wird das Ganze schon ein bisschen besser. Was wir sehen wollten oder was wir prinzipiell sehen wollen, ich hatte es im Intro schon gesagt, sind sowas. Harte, also ein Drop, meinetwegen. Das ist ja Spekulation, was hier unten passiert. Und, ja, gibt halt Gewinner und Verlierer. Wie die Leute gedacht haben, das geht weiter runter. Spielraum gut ausgenutzt, Widerstand oder unser Support hält. So, jetzt kann man auch nochmal sehen, warum ich jetzt eben nochmal zurückgeswitcht bin. Entschuldigung. So, egal, du weißt, was ich meine. Hier unten eben, die Kerze schließt hier ganz gut ab. Deswegen, historisch gesehen, macht es trotzdem Sinn, das hier bei 39.530 zu lassen. Man kann es natürlich jetzt hier auch machen, weil es ist der Schluss der letzten Kerze und eben der Beginn der aktuellen, hier eben Daily Candle. Und die geht nach oben, beziehungsweise nicht mehr aktuelle Candle, aber das ist eben das nächste. So, lassen wir drin. Was wir jetzt hier wunderbar schön erkennen, ist der Versuch, wieder in die Formation reinzukommen. Wenn wir jetzt nochmal einen kleineren Dip hier runter machen, beziehungsweise, komm, Roms. Einfach, um es mal hier schön zu sehen. Auch hier siehst du, dass dieser Aufwärtskanal, den wir jetzt schon eine ganze Zeit lang haben, irgendwie doch signifikant ist. Ich glaube, das können wir hier relativ unmissverständlich. Also, ich weiß auch, es gibt immer Leute, die meckern, aber das hier. Und diesen Kanal haben wir letzte Woche irgendwann mal gezeigt oder vor zwei Wochen, ich weiß es nicht. Also, auch hier sehen wir, mal abgesehen davon, ob die Zahlen jetzt, ist vollkommen Wurst. Aber wir wissen auf jeden Fall jetzt schon mal, erneut bestätigt, dass wir, wenn wir uns das nochmal im Daily angucken, damit wir das größere Bild haben, dass dieses Gebilde hier, was wir haben, irgendwie doch sinnig ist. Das können wir jetzt schon mal sagen. Mehr leider noch nicht. Wir gehen jetzt auch in vier Stunden Timeframe, damit du es einfach mal siehst. Was wir jetzt hier haben, wir haben einen netten Support, glaube ich, gebaut bei Roundup. All about 40.667, also 40.600 Pi mal Daumen. Nachdem da jetzt mehrere Male bestätigt wurde, auf diesen Aufwärtstrend eben der Support, bang, 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 nicht gebrochen ist, katapultiert das jetzt hoch. Aber, ja, die letzten Highs, die lokalen, werden jetzt hier angetestet. Das heißt, der Schluss sollte einfach über den letzten Highs liegen. Das allerletzte von den Lokalen zumindest, weil, wie gesagt, die rote Linie haben wir jetzt in einem anderen Timeframe eingezeichnet. So, wenn du es ganz präzise haben möchtest, für diesen kleineren Timeframe, würde ich es am letzten Hoch festmachen, nach diesem Drop. Und da sollte er drüber kommen. Da ist er auch aktuell drüber und wird drüber gehalten. Und das wäre bei 41.561. Ist schön, interessiert mich aber jetzt nicht. Wir haben unsere Range, bitte da drüber bleiben, über 41.473 oder ganz knallhart gesagt, über 41.000, bitte. Und im Wochenschluss bitte, erstmal ganz grob, weil wir haben ja noch ein paar Tage hin, über 40.000. Und das sah, wer jetzt sagt, ja, wichtig ist ja, hast ja gesagt, 42.000, ja, ja, ich weiß. Wir werden bescheiden, ja, weil bitte, wir waren hier unter 40.000. Katastrophe, Katastrophe, ja, ist ein kleiner Dip. Wir sehen, bullisch ohne Ende ist das Ding hier nach oben gegangen. Sieht halt sehr schön aus, aber jetzt kontrolliere ich einfach nochmal, ob ich mich nicht selber irgendwie in die Irre führe. Also, ja, wir schauen einfach mal, ja, geht über die, deutlich über die 5% Pump hinaus. Wir sind hier eben in diesen paar Stunden in Anführungsstrichen ist der Bitcoin-Kurs rund 8,21% gestiegen. Man sagt ja normalerweise, ja, so 5, ja, guck, da sage ich doch, 5%. Dann sind wir hier bei unserem Support angekommen. So einfach ist die, ist diese Idee, ja, was soll ich sagen, ich bin manchmal überrascht. Du siehst es, ich habe das tatsächlich nicht vorgetestet, aber ja, 5% sagt man. Und das ist tatsächlich so, ja. Ich rede ja immer davon, Altcoins, wenn es wirklich crasht, 80 bis 90% oder ganz tot. Bitcoin 50 und Katastrophe bei 80. Und dann geht es eben wieder hoch. Alles gut, weswegen wir uns ja auch eben schon gesehen haben, den Drop. Egal. Wenn du es verpasst haben solltest oder nicht mehr weißt, dann hast du wahrscheinlich kein Abo, aber das kann man ja ganz schnell ändern. Egal. So. Wir sind erstmal glücklich. Der Wochenschluss bitte in unserem Aufwärtskanal drin. Der Kurs hat hier gehalten, hat die Leute alle ein bisschen veräppelt, ein bisschen schockiert, dass das Ganze droppt. Und ja, war ein sehr schöner Pump nach oben. Müsste jetzt hier nochmal schließen. Wie gesagt, 5% wurde hier bestätigt, hart umkämpft hier nach oben. Die nächste Hürde haben wir hier, siehst du, in Rot. Soweit, so gut. Ich glaube, das habe ich jetzt alles fünfmal erklärt oder sowas. Aber ich hoffe, jetzt haben wir alle Blickwinkel zur selben Situation mit drin. Und nochmal, logisch wäre es, dass der Kurs steigt. TA hat jetzt gesagt, fällt. Jetzt schauen wir uns an, jetzt haben wir anscheinend unseren Boden gefunden, beziehungsweise unseren Boden bestätigt. Nochmal, Formation muss erstmal halten. Aber sind wir erstmal vorsichtig, vorsichtig, ist ganz komisch, vorsichtig, optimistisch. Und holen auch mal unseren stochastischen RSI. Vielleicht machen wir morgen mal MA50 und 200er. Heute bitte für den Start nochmal das hier. Dann siehst du aber auch hier nochmal halten. Halten. Ja, da, Retracement beginnt. Halten. Davon rede ich. Das Ding könnte hier nochmal runter droppen und es muss hier. Guck mal, like a glove, oder? Siehst du das? Da, wie ein Handschuh. Und wir haben nichts daran verändert. Also, egal. Machen wir also weiter. Der Retracement wird hoffentlich halten im Daily Close über unserem, über unserer Range über 41.473. Im Einstundenschart sieht es zumindest so aus, dass der stochastische RSI hier im überkauften Bereich erstmal ist. Auch der MACD sieht aus, als wäre er bereit, so langsam bärisch zu drehen. Muss noch nichts heißen. Wir gucken uns den Rest noch an. Würde erstmal hier dafür sprechen, dass wir erstmal... Ja, eigentlich ist es Seitwärtsbewegung, was wir hier gerade sehen. Noch unentschlossen, aber wenn wir jetzt noch die Candle, die letzte geschlossene gesehen und wie hart die eben abverkauft wurde von 41.678 runter auf 41.565. Also ist erstmal... Ist ja auch das, was wir sehen, gell? Seitwärts bis runter im Einstundenschart. Im Zweistundenschart kam jetzt hier nochmal schön der Pump mit. Also ein und zwei Stunden Schart in Kombination könnten tatsächlich bedeuten, dass Bitcoin erneut einen Stunt hinlegt und das Plateau hier noch erweitert und nicht direkt rums runter geht. Ich bin gespannt. Ich bin... Also Mother Bitcoin hat's drauf, gell? Gehen wir mal einen Vierstundenschart. Dort, wo jetzt... Ab jetzt guckt jeder drauf. Und wenn du flüchtig. Du weißt ja, vier Stunden und höher. Da guckt einfach jeder drauf. Darüber wird diskutiert. Da wird auch in Artikeln drüber geschrieben. Also. Ähnliches Beispiel hier. Plus, dass wir hier unten sehen, durch diesen schönen, harten Pump gehen diese Kurven weiter auseinander. Das heißt, ein bärischer Cross ist ein wenig unwahrscheinlicher geworden durch diesen Pump. Wenn wir uns jetzt die Ribbons angucken würden davon, also die Bänder, würden wir Ähnliches wahrscheinlich sehen, dass die wieder, je nachdem in welchem Timeframe wir sind und wie sie gerade eben in welche Richtung sie drehen, aber wir würden wahrscheinlich den Anfang von einem Squeeze sehen. Nehme ich mal stark an. Weiß nicht. Kannst du ja gerne in die Kommentare machen oder wenn ich dran denke, werde ich das morgen mit reinpacken. Dann sieht erstmal gut aus. Wie gesagt, wir müssen es tatsächlich nochmal im Weekly bestätigen, die Formation, dass es auch wirklich drin ist. Und dann sind wir ja gedeckelt durch den oberen Kanalverlauf erstmal. Und dann haben wir noch nicht mal Lord Fibo mit rangezogen. Wobei ich wieder ins Gedächtnis gerufen bekommen habe, dass Fibo ja auch so eine Fitnessmesse ist. Egal. So, vier Stunden. Sieht bullisch aus. Oh, my sweet summer child. What have we here? Das gleiche in grün. Bald wahrscheinlich. Sieht cool aus. Stochastische RSI. Hier siehst du es auch nochmal. Der kleinere Durchschnitt, der agilere, ist hier dabei, den Winkel zu vergrößern. Das heißt, ein bärischer Cross müsste schon mit ordentlich Volumen daherkommen, dass das hier passiert. Weil aktuell sieht es eher danach aus. Und das ist bullisch. Kann man nicht anders sagen. Plus hier unten. Hier kommt es da. Wenn der Kurs weiter nach oben gepresst wird, kann man sich auch schon darauf einstellen, wenn das der Durchschnitt, der macht nicht viel, sage ich ja immer, der größere, aber der kommt dann das. Der kleinere. Das ist der kleinere. Je höher wir das pushen, je mehr der Preis nach oben gedrückt wird, desto bullischer wird es über die Zeit. Größere Zeitleitheiten, Träger, haben aber mehr zu sagen. Das heißt, ein und zwei Stunden Chart, wir erinnern uns, sind seitwärts bis runter, würde für das Retracement sprechen. Vier Stunden und Daily jetzt aktuell sehen den Pump und könnten das Ding nochmal nach oben drücken. Interessant. Weekly nehmen wir jetzt auch nochmal kurz mit rein. Ja, gut. Ist halt entspannte Rückenlage. Aber auch hier gibt es durch diesen Pump eben kein, eher Bullish, gell? Also, das wäre ein Stunt, Leute. Wenn es weiter pumpt und das Ding macht den hier im Weekly Chart. Puh. Aber auch hier müsste auch langsam was kommen, weil auch dann, im Monthly sehen wir uns gleich nochmal mit. Die kommen. Ja, nee, nee. Ich muss das jetzt nochmal machen, kurz. Ich wollte gerade den stochastischen RSI wegmachen. Wir gucken uns aber bitte mal hier den MACD an. Der ist hier beim größeren Durchschnitt bei minus, was ist das, 1728. Das Ding möchte nach oben. Ist so. Wollt er schon hier? Weiter. Also, es ist exakt das, ja, entschuldige, aber es ist halt exakt das, was wir hier sehen. Es wird weiter nach oben gepumpt. Und das ist das, warum viele Leute das Ding irgendwie nicht verstehen. Der Kurs, oder es müsste eigentlich schon ein richtig großer Crash gekommen sein. Es kann natürlich sein, dass eben durch die Federal Reserve und wir gucken mal mit den Zinsen und vielleicht zum Jahresende ein bisschen hoch und so weiter. Und dass man darauf vielleicht spekuliert und möglichst lange wartet, bis man den Stecker zieht und das ganze Kartenhaus in sich zusammenfällt. Weil, also, die Herleitung weiß ich nicht, aber heute auch in irgendeinem Artikel, den ich gelesen habe, sind irgendwie 38% Wahrscheinlichkeit oder waren es 33%, aber egal. Ja, ich wüsste gerne, woher, einer Rezession, die droht. Ja, guess what? Wir haben Krieg und mit weltweiten Auswirkungen. Und wir wissen ja sowieso, Zinsanhöhungen oder Leitzinsanhöhungen, Erhöhungen sind nicht so cool für die, oder werden als nicht so cool für die Wirtschaft angesehen. So, Bestätigung, bestätigt sich immer mehr, dass es wichtig ist, dass wir das auf diesem Gebiet haben. Nochmal ein, zwei Stunden sagen, bitte bestätigen auf dem Retracement. Vier und höher sagen, im Maximum, was du jetzt hier siehst, naja, seitwärts bis, naja, eigentlich seitwärts. Vier bis Tag. Das heißt, bitte bestätigen, damit alle anderen hier mitziehen. Das würde das nämlich zum Beispiel hier für den stochastischen RSI bedeuten. Ja, der geht einfach weiter hier runter und der kleinere macht hier den bullischen Cross dann perfekt, wenn er nach oben gehalten wird. So eine Art Plateau. Auch mit einer kleinen Delle drin, aber Plateau wäre es dann. Monthly. Stochastischer RSI. Ja, machen wir weg. Das holen wir in den Fokus. Und dann holen wir weg. So, hat sich nur verkleinert. So, jetzt holen wir das in den Fokus. Und das sieht natürlich ein bisschen anders aus jetzt, das Bild. Deswegen habe ich im Weekly schon gesagt, das sieht weiter sehr kacke aus, wenn ich das so sagen darf. Ja, hoffnungslos überkauft. Der große Durchschnitt, ja, der macht, was er macht. Und der kleine Durchschnitt ist halt blöd. Der macht das hier. Nichts mit bullischen Cross oder sowas. Aber auch da müsste man, da müssen wir meines Erachtens nach mal größere Sprünge machen, als das, was wir hier schon die ganze Zeit feiern mit 10% Pump. Ja, aber vorher ging es runter. Ja, das heißt, da müssten wir schon Richtung, ja, ich will jetzt nicht sagen nächstes All-Time-High oder wenigstens mal antesten, aber ja, doch. All-Time-High ist ja schon 1 Euro drüber. Aber doller, ne? Neues. So, was wir bräuchten, ist das hier. Und das geht nur mit Volumen und drüber, leider. Weil wir sehen, wir haben ja hier diesen Aufwärtstrend jetzt schon seit Januar. Im Prinzip geht es nach oben und der Kurs ist nach unten. Also, wer jetzt sagt, jo, das dreht sich jeden Moment. Ja, nee. Träge. Wir sind im Manfli. Das ist alles träge. Ein Objekt, das in Ruhe ist, bleibt in Ruhe. Da braucht man viel Energie. Und jeder Kraft ist eine gleichwirkende Gegenkraft entgegengerichtet. Also, hier sehen wir tatsächlich. Sieht nicht so cool aus. Wir lassen uns gerne überraschen. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Das könnte man tatsächlich dann irgendwie als Wirtschaftswunder auch schon titulieren. Ich habe auf den Tacho geguckt. Es tut mir leid, es sind wieder 20 Minuten. Ich werde mich kürzer fassen. Vielleicht lassen wir dann die kleinen Timeframes weg und machen nur zack, zack, zack. Okay. Das nächste war, Markus, musst du dir merken, bleib bitte unter 15 Minuten. Aber ich hoffe, der Roundtrip jetzt nach so langer Zeit hat geholfen. Und ich bin der Meinung, war diesmal auch nötig. Aber ich arbeite weiter daran, dass wir so zwischen 10 und 15 Minuten sind. Und deswegen mache ich es nicht länger. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut!